Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Paladins und ich habe bei ID Gaming gesehen, dass er Paladins hochgeladen hat und da habe ich jetzt auch wieder Lust auf das Spiel bekommen und ich habe ja letzten Sommer auch schon mal Paladins hochgeladen und es war eins meiner ersten Videos und ja, das war auch ca. von einem Jahr und ja, deshalb will ich jetzt auch nochmal spielen und wir werden mit Victor spielen und wir werden Belagung spielen und ich werde mir sehr viel Mühe beim Schneiden geben, weil ich finde bei dem Spiel kann man richtig viel bearbeiten. Bei Dying Light zum Beispiel weiß ich nicht, es passt, finde ich jetzt nicht so gut, wenn ich da jetzt so viel schneide, aber bei Paladins auf jeden Fall, also da kann man das auf jeden Fall machen und wir starten jetzt einfach mal ein Spiel, also bis gleich. Okay, das Match hat jetzt begonnen und ja, das Spiel ist eigentlich so ähnlich wie Overwatch und das ist schon der erste Gegner. Komm bitte stirb, alter. Erster Kill. Und ich bin schon tot. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Also da hinten sind auf jeden Fall Gegner. Ich werde die mal flankieren. Kannst du mit sterben? Ne, ich sterbe natürlich. Also bis jetzt läuft es nicht so gut, aber ja. Da sind Gegner. Ich werfe mal eine Granate. Noch ein Kill. Und das Sprinten mit F, das ist auch eine Fähigkeit von Victor. Und das hier mit den Zielen bei der Waffe ist auch eine Fähigkeit von ihm, also das kann nicht jeder. Da kommen noch mehr. Oh nein, das ist ein Tank. Ich renne mal lieber weg. Und da sind sehr viele. Der Tank muss auf jeden Fall sterben. Oh nein, die haben mich gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sprinte, dann lädt sich meine Gesundheit auf. Das habe ich als, ja, als Talent genommen. Oh nein, ich bin tot. Drei zu drei. Ja, okay, ist jetzt nicht so gut. Und oben sieht man es. Ey, man braucht vier Punkte für den Sieg. Und wir haben schon einen. Oh nein, da sind die Gegner. Danke. Schieben erfolgreich. Sehr geil. Hä, warum habe ich kein Pferd? Ja, ganz toll. Alle mal ein Pferd, was soll ich? Ich gehe mal hier hoch. Komm, bitte ein Kill. Nachladen. Danke. Oh nein, es ist alles dunkel. Da sind Gegner drin. Da ist wieder der Tank. Oder ich bin mir nicht sicher, ob das der Tank ist, aber ich glaube schon. Eskort, der Payload. Komm, steh bitte. Ja. Da ist jemand drin. Ich wirf mal eine Granate. Ja, ein Kill. Da sind noch zwei, da sind noch zwei. Oh nein, der ist fast tot. Oder sie wie auch immer. Nein, da ist noch jemand. Das hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Ein Kill. Oh nein. Noch ein Kill. Wir kannst auch sterben. Ja. 14 zu 3. Alter. Da oben, da oben. Bitte stirbt. Ja. Alter, macht das Spaß. Nein. Na egal. Ja, gewonnen. Okay, wir sind nicht das Highlight des Spiels. Leider, aber ich war es schon ein paar Mal. Okay. 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 Das Spiel ist jetzt vorbei. Aber wirklich, mir macht ein Spiel selten so viel Spaß. Also, es ist wirklich richtig geil. Hier Konto, ähm, Stufe 15. Es gibt ja auch einen Battle Pass, weil es gibt ja Ream Royale. Das ist ja auch von, von Hyris Studio oder wie die heißen. Also von den selben Entwicklern. Quest, Klassenbester. Ich bin Dritter. Ah ja, das habe ich vergessen. Man kann sich ja zum Beispiel, wenn eine Runde im Spiel vorbei ist, kann man Credits haben. Und dann kann man sich zum Beispiel Sachen kaufen, dass man schneller ist oder, ja, oder dass man schon mehr Schaden macht oder so. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, das war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da für mein Let's Plays. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.